jo leute wir haben unsere live stream portal geändert wir sind jetzt auf hitbox vertreten unter www hitbox.tv schrägstrich lappen gamer tv erhaltet ihr immer den neuesten geilen scheiß wie leech of legends dienstags meistens 19 uhr dann kommen dann auch noch andere formate öfters vor jetzt hat wir wollen auf jeden fall minecraft noch live stream also ein mega projekt starten worüber einige folgen geht wo man auch live stream zwischendrin ein bisschen weiter bauen und natürlich blende zeit zwei nicht nur unsere orever events werden live geswimmt auch unsere training können live streams sein oder sowas ihr werdet auf jeden fall informiert los geht es heute abend 19 uhr 30 mit unserem ops unserer sonntaglichen ops wir freuen uns auf euch wenn ihr einschaltet der link ist in der beschreibung oder auf unserem kanal zu finden deswegen für mir sehen uns heute abend